Heute wieder zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TNT mit Dado, Halim, Juli, Kabuzi, Kundri, Maru, Nilsi und Payni. Hi. Guten Tag. Hallo. Ich bin Uni, ich bin Blu. Hallo. Payni. Was haben wir zu tun? Im Moment, das ist mein Büro. Das ist mein Büro. Ich möchte das doch nur ganz kurz zweckentfremden, habe ich nicht? Zweckentfremden. Es soll dich auch nicht, es soll, guck mal hier. Ja. Guck mal, es soll dich, hier, guck mal. Oh, ja, danke schön. Können wir hier nicht... Dann holen sie ihm rein, ich feuer ihn. Ne, ich mach das. Können wir hier die Regale nicht anfällen? Möchtet ihr jemand eine Mikrowelle kaufen? Einen Schick mir vorbei. Ah, das war Louis. Der Boss möchte mit dir sprechen. Ich dachte, man musste dagegen. Was, was, warum? Der Boss will mit dir sprechen. Da drin, rein. Sicher? Wollen wir den zurücktreten? Ja, man kann ja nicht. Der Boss will mit dir sprechen. Die Tür ist geöffnet. Ich hab was gehört. Mach nicht das Licht aus, bitte. Er hat auf den Boss geschossen. Ja, weil ich das bekommen habe. Das sag ich dir nicht, sonst hättest du denjenigen. Firmensbewendung, hab ich meine. Okay, dann können wir Items auch so töten. Er muss es nicht sagen, ich weiß, dass es war. Warum? Es war nicht Items. Jetzt hat er auch noch Items Namen gesagt. Ja, ich glaube, es war... Ich wollte mich reitschleichen. Ich bin in der Ecke gestorben. Schnell kommt, kommt mich. Ich prügele in der Kasse. Oh, das ist ein Prügel. Wer denn hier das? Jemand ist tot. Jemand ist tot. Was ist da passiert? Da wird jetzt auf jeden Fall gelöst. Ja, Kapuze muss weg. Warum? Du hast den Schläger. Das Spray ist versteckt. Aber wenn Dalu weg ist, dann haben wir endlich mal eine ruhige Runde. Da müssen wir gar nicht so viel Angst haben. Wie ist Dalu geschoben? Was war denn das? Guck doch in die Leiche. Hey, der wird gegen den Hedgehog. Gegen den Hedgehog. Und? Oh Mann, oh Mann. Nein. Nein, Gubi ist es. Pain ist es? Ich glaube auch, Pain ist es. Siehste? Ja, wer Angst hat, der rennt. Blauli hat einen Unfall gehabt. Wir brauchen ein Medkid für ihn. Was ist da passiert schon wieder? Keine Ahnung. Stopp. Stopp. Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert ist. Wer hatte denn jetzt einen Unfall mit ihm? Alle bleiben jetzt mal ruhig. Hallo. Okay. Oh nein, Juli hat auch einen Unfall. Oh Gott. Ich glaube, um Items passieren viele Unfalls. Ich glaube, Maru ist es, oder? Bestimmt. Äh, Ma... Was machst du denn? Auf einmal Dater. Hallo, was war das? Ich habe wirklich gedacht, du brichst... Also die Rechen... Wie bist du... Ich habe wirklich gedacht... Nils hat dich hinter dir... Also ehrlich, in der Situation hat ich das gedacht. Ich habe gesagt, ich bin in der Ecke gestorben. Ich habe mich im Smok dem Bug rein gelegt und bin durch die Tüge. Maru selbst? Ich hatte in dem Fall echt gedacht, okay, du Maru oder Pern. Also nicht als negativ oder so gesehen, sondern wirklich so. Ich höre, dass es 100 Stunden oben war. Ich muss schon wieder runter. Ich habe einen Tobi. Okay, jetzt war ich immer die Tüge hier. War das los? Was ist das? Oh, nimm mal Luminate, ich höre sie. Ich bin nicht mal... Dann wäre er ja hier in dem Raum. Kaput, du hast zu sehen, wo ich rausgekommen bin, oder? Nö. Wie nö, was ist das für den Arsch, Alain? Was ist denn jetzt los? Nö, es ist an den Rücken, ey. Hier ist kein... Nö. Leider nicht. Nö. Wie sieht das aus, Faloui? Okay, das ist richtig... Halt! Stopp! Halt! Halt, stopp! Moment. Da ist er... Moment, das wäre... Das wäre nicht zufrieden. Moment, das war... Ja, du? War das nicht gerade? Der hat einen Bösen getötet. War das nicht? Das ist vollkommen in Ordnung, er hat einen Bösen getötet. Und da kommt auch noch eine Harpune raus. Yo! Das ist so schick. Wollte eigentlich... Das Konzil ging dann nehmen. Mein Kristallbruder zerstört hier hinten. Nein, 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 nein! Ich dachte, du... Ging hier ab. Wo kommst du auf einmal her? War schon immer hier. So, da kommt auch noch ein Lüse. Tötet euch mal bitte. Was? Nein. Ach nee. Doch. Was macht ihr mit dem Ganzen... Wer ist das denn jetzt? Und was macht ihr mit dem Ganzen... Oh, das hat weh. Achten, Jolie, Bumerang. Au! Ja, es hat meinen Fußnagel getroffen. Oh, sch... Ah, das war vorhin gar nicht das, ähm... Es leben noch drei Leute. Jolie und Kundran. Ihr könnt das Jolie haben. Ja, ich hab bei Louis gerade getötet. Ist es Kundran, oder wie? Einer davon beliebt gerade andere Leute wieder. Nein. Es gibt noch einen Tee auf jeden Fall. Oh stimmt, ich kann ihn ja essen. Hey, stopp! Nicht rein! Jetzt lebt noch keiner wieder. Nicht rein! Ich bin hinten übrigens, wo dieser Alarm ist. Wow. Das finde ich jetzt echt nicht okay. Es sind ja immer noch drei Leute. Also es gibt auf jeden Fall einen Jakal noch. So einen Sidekick. Aber wer ist denn der andere Punkt? Ja, weil die Punkte sind, das weiß man nicht. Das muss doch dann... Jolie, du bist Nico, oder? Nee. Ah, nee, wenn der, ähm, Jakal geht, dann... Ja, ich komm jetzt einfach raus. Ja, kommen Sie doch mal. Nicht die Tür aufmachen, Jolie, da ist ein Doorbuster dran. Okay, danke. Da macht sie die Tür wieder zu. Oh nein! Oh! Macht sie jetzt auch noch auf, so du. Wo bist du? Wait! Achso, wow. Äh, achso, du hast... Okay, jetzt check ich's. Ja, das war aber nicht so geplant. Alarms, ich wollte es dann noch wiederbeleben. Ich musste nur noch einen Credit kriegen. Ja! Ich habe nur kein Gewinn bekommen. Ich habe mal umzubringen. Verdammt, ich hätte versucht, dich irgendwie mitfragen. Ich habe schon was das gewesen. Ich habe nur ein Item gekauft, dann waren wir eventuell. War noch Glück. Hey, der hat einen Spielwagen. Genial. Die war echt gut, wenn die wiederkommt. Die war so lustig. Die John Cena-Bomb war auch gut. Hattest du einen PhD, Julie? Ich hatte einen Defi. Hinterdrin knall ich ab, sofort. Nein, nein! Dose. Er ist tot. Der traut sich da rein zu gehen. Oh, da haben wir schon lange nicht mehr. Wollen wir ihn jetzt nicht wieder beschweren. Okay, Adams. Machst du das Ballon? Get off. Nein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Die sind beide aufgeschreckt und die Ecken rennen. Ich war ready hier loszubrüllen. Einst du da Kapuze? Aua, Kapuze? Weil ungefähr so brüllt war. Ey, jetzt geschlossene Gesellschaft. Hier sind ein paar Tode drin. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ja, okay. Wenn noch nicht, dann ist einer von euch Jackard. Zurück. Gehen es hier alle raus, als ob nichts passiert sei. Genau. Ja, so Kapuze und Adams sind ja outside. Und Pain auch. Ja, ich war nämlich auch noch im Raum. Sehen. Das ist doch ein... Boah, er hat sich schon wieder freigelassen. Das sollte aber nicht so sein. Nein, ich hab'n Computer. Was sag ich, Balooie? Ich bin hier. Warum? Warum spinnt das Regal hier so rum? Aua, ey! Hallo, was möchtest du mir denn hier mitmachen? Hey, Pain, was war's, was war's, war's? Ja, Pain hat sich das mal als gleich gebrauchen hat, Balooie. Ja, das macht der halt immer. Wissen wir, wer die anderen beiden noch will. Können wir ihn einfach mal umbringen dafür? Alter, ich schmeiß immer extra so, dass das auch nicht trifft und ihr regt euch jedes Mal auf. Das war überhaupt nicht planbar, was du gemacht hast. Kapuze. Weiß nicht, wird Spur hier. Ich glaub, Kapuze ist gerade gestorben. Ich glaub, Kapuze ist gerade gestorben. Ich glaub, das ist planbar. Gudi, dürfen wir Pain in eine Palooie dranhängen? Willst du gleich raus? Eine Palooie. Äh, nee. Geh, mach's auf, ich... Ich flink irgendwie umgesucht. Nein, komm, ich flipp doch noch. Ich hab noch mehr Beweise. Ja, was ist Pain? Ich dachte, du bist studiert. Guck mal. Pass auf. Gudi, es ist Pain. Ich bin gefährlich. Ja? Super! Nils, Nils, Nils! Das ist ne coole Super... Aua! Schiss, klick, klick. Ah, der ist, ist Julia. Hä? Julia leben nicht mehr allzu viele. Also ist es da, du. Nein, ich hab Nils gekillt. Ja, dann bist du weg. Ah, wo ist es? Hä? Die ist halt. Ach, der ist der letzte. Könnte mehr. Ah, ich wollte mich in die Turtles locken. Gewonnen. Wurde echt nen Lämmen geworfen. Das war wieder eine unnötige Aktion da. Ja, ich wurde schon ein Lämmen geworfen. Der Zug war ich. Ich hoffe, das war okay. Ich hab einfach blind reingeschossen. Nein, der saß die ganze Zeit oben in der Ecke. Ich hab's gesehen auf dem Radar. Ich steh neben ihm, sehen wie der Zug abfeuert. Ich so, das ist ne coole Superkraft. Der dreht sich um, überlegt drei Sekunden, fängt an auf mich zu schießen. So, hä? Ich war die ganze Zeit schon mit dem... Ja, das waren ja alle fast tot. Weiße, da muss ich dich ja auch noch umbringen. Der Zugführer. Ähm, nein, nein, hätte ich nicht leben lassen sollen. Tut mir leid. Nein, nein. Ich bin der Letzte, der sich da beschwert. Das mach ich oft genug mit Dalu. Zug im Nahkampf, oder was? Nee, wenn... Das war kein Nahkampf. Wenn Wurplung fängt auf einmal ins Gesicht zu schießen. Das war so ein Pain-Ding. Was? NAHKampfzug. Das war kein Nahkampfzug. Das war kein Nahkampfzug. Ich bin... Ich stand am anderen Ende der Tür und hab blind geschossen. Die Lemon rast. Die Lemon rast. Oh Gott, Dalu ist es. Ich ruf mich da nicht rein, ich lauf weg. Die is the data stone. The data stone. Lass mich doch mal weg hier. Mach mal Platz da. Mehr Platz. Mehr Platz. Er ist im Hauptraum und da kommt doch so ein Zug. Ich glaub es nicht. Das ist halt ein Bahnhof hier. Offensichtlich. Er ist in der linken Ecke, Alter. In der linken Ecke? Oh, oh. Er hat ein Miro an. Oh nein, da Leute, nur gebraucht. Ich warte wieder, bis er wieder ready ist. Aua! Hey, Blaulie! Oh, guck mal, da kommt noch ne Leiche angeflogen. Noll, was? Noll! 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 Du wolltest doch schießen. Noll mal gucken. Du wolltest doch da nur abknallen, oder? Ja, aber die goldenen Siegel ist schon zu unsicher. Ja, natürlich. Also, mit der auf die Richtung zu zielen. Hast du das richtig gemacht. Aber du wolltest abkriegen, oder nicht? Nein, wollte ich nicht. Wir wollen erst mal Stress machen, aber... Ich wollte nur drohen. Ja, mit der goldenen Siegel muss man Kopfschuss machen, oder? Nee, du musst nur treffen. Nee, einfach nur treffen. Aber das heißt, ich könnte auch ins Bein schießen und derjenige würde nicht sterben. Doch. Würde, ja. Ja, wenn er das gegnerische Teil wäre, aber wenn er... Dann stirbst du. Dann stirbst du. Dann machst du dir keine Sorgen mehr, wenn er einen Schaden trägt. Dann bist du tot. Oh. Das ist aber eine dumme Waffe. Ne, warum? Ne, du bist ein Shotgun. Wieso ist es kaputt jetzt wieder im Voice? Hä? Wieso ist es kaputt? 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 Äh, im Team von Nils. Ich bin blind. Wie bin ich ins Klo gekommen? Kapuze? Was hast du mit mir gemacht? Wer hat denn... Ich habe mich extra reingehoben. Oh, Mann. Du hast mich blind gemacht und wir sind ins Klo gebracht. Paul-Louis nicht Chaos, weil er gegen die Wand genommen hat. Wer macht denn immer Chaos? Ich nett heute. Was macht... Oh, oh. Was war das? Heilige. Ich weiß nicht, was es war. Nein, Kapuze. Ich würde eher Payne sagen. War ich nicht. Ich bin hinter dir. Das war Payne. Das war Payne. Nein, war ich nicht. Ey, ich wurde auch nicht was zu tun. Maru. Maru. Und run. Wo ist es? Hilf mir. Jetzt ist es nicht. Ah, mein was anderes. Denk mir doch mal. Maru ist tot und Nils ist der andere. Ich komme nicht zu da. Ich komme nicht zu da. Ich komme nicht zu da. Hallo. Wo? Was machst du denn da schon wieder? Uff. Dich fertig, Mann. Oh, schön. Sehr gut. War es Nils jetzt oder nicht? Nein. Weil du bist so, du hast nichts gesagt und die Krawate flog. Payne, das war deine, oder? Nein. Die Holy war meine. Oh Mann. Weiß ich nicht. Maru. War meine Holy. Ich habe auch nicht auf dich geschossen. Also meine war es nicht. Ah, mich callen ist schon ein Todesurteil für mich, ja. Ja. Lass doch nicht, Payne. Hast du dir verdient? Ich habe nicht geschossen. Ich stand genau hinter dir. Tun jetzt sag doch auch mal was. Äh. Ja. Das kann doch nicht Futter sein. Okay, Julie. Richtig gutes Versteck diesmal. Ja, eben weil Payne sich versteckt hat. Ich dachte ich, die war von eben. Nee, ich wollte einfach vor dir weglaufen. Weil ich ja auch nicht wusste, wo die war. Die ist schon explodiert. Ich hätte nachher drei Leute geführt. Oh, wer macht denn immer Chaos? Mama Frosty Chaos. Das hat Gehalt, ey. Rosen's Throne hier. Payne. Hm? Ich bin der Chaos. Und du bist jetzt tot. Warum hat Kapuze so einen Nachhall? Nee, ich geh auch nicht hin. Nils, go. Kapuze, du hast jetzt so einen Hall. Mit Stühlen. Was ist denn passiert, Alu? Was ist denn passiert, Alu? Payne ist tot. Was? Warum hast du ihn erschossen? Nein, das war Nils. Von hinten in den Kopf. Aus einem Meter entfernt. Warum weißt du das? Ich hab's gesehen. Ich glaub, Nils hat ihn verarscht. Und Nils feint sich gerade. Nils müsste nämlich low sein, weil ich ihn angeschossen hab. Ich glaub, bei Adams ist er auch. Ich bin fein. Und wenn Nils voller Pferd... Schaff! Wo? Wo ist es? Es ist bei dir, glaub ich. Kapuze, du bist der einzige, dem man trauen kann. Au, dumme Idee. Eigentlich nicht. Er hat geholfen, dass Nils ihn umbringen kann. Da ist es Nils. Hier ist Nils. Wo? Hier hinten in dem... Hier. Ja, in dem Zusatzraum nach oben. Ich hab keine Ahnung. Im Treppenhaus auf jeden Fall. Oben nimmt kein Mädchen jetzt. Ey, wir sehen doch nichts, Mensch. Blink! Und ich stand im Weg. Ich glaub, er konnte nicht blinken. Wo ist er? In der Decke. Nein, der ist immer noch da. Da löst es auch. Mach's jetzt ganz einfach. Scheiße. Sieht es unter der Treppe? Ich glaub, er war's nicht. Hat Dalu nicht auf mich geschossen? War das Nils? Wahrscheinlich. Also es ist Dalu nicht. Nee. Was machst du da jetzt? Wir wollen euch verstecken. Es gibt doch zwei Böse und es gibt euch zwei plus unbekannt. Vielleicht bist du's einfach. Ich frag mich, warum du dich mit den Leichen einschließt. Da kann ich höchst ein Dekromancer sein. Das heißt, wir haben immer noch zwei Tradehors. Das müssen einer von euch beiden auf jeden Fall sein. Das bringt nichts. Warum musst du ein Nekro sein? Ich kann höchstens Nekro sein. Vielleicht verstecken. Ich hab nichts erschossen. Hat Dalu nicht nichts erschossen? Nee. Der hat sie unter der Treppe versteckt. Wurde der mal abgestochen. Nein. Wurde abgestochen. Oh nein. Hat schon wieder Füße gegeben. Was? Ganz viel sogar. So was. Ich hab sogar noch eins übrig. Doppelfüllchen. Ja. Ganz viele. Ich glaub das läuft nicht so gut, wenn ich das jetzt mache. Du der Füße-Pater? Ach, noch ein Scheiß-Neif. Ja Juli. Bist du böse? Nö. Ich hab gehört, du bist böse. Nee. Es lebt nur noch zwei. Da kommst du mal wieder. Nö. Die war auch böse. Come on. Das Kapuze ist haltig oder was? Uff. Wo ist Kapuze? Wo ist jemand nachgeladen? Ach, nie jetzt. Ah, Mann. Schatz. Werden die uns wieder willkommen? Einem bist du Arschloch. Also, du hast dich selbst gekillt kapuze. Ja, aber dich nicht. Das ist ja das größte Scheiße. Du hast einen Poltergeist gehabt. Juli flieg. Danke. Das war richtig super. Juli flieg. Ich I-Sknife ihn. Er schießt noch die Lemon mit dem Lemon Launcher. Ich sterbe nicht mit 904 übrig und er stirbt. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Eigentlich. Doch, er hat die falsche Richtung geschossen. Genau. Du hast die Lemon halt abgelevelt. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Von heute. Da gibt es gleich mal unrandom Fest. Ach, Thomas. Wieder schon. So ein Thomas. Das war's. Thomas konnte sich umdrehen. Ich bin happy. Aber wer hat den gemacht? Ich. Oh, meh, 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 meh. Ich hätte hier ne Maloui, Nate. Wo ist Payne? Payne? Payne, komm mal bitte zu mir. Payne, komm mal bitte zu mir. Payne, komm mal bitte zu mir. Hey, ich komm mit meiner Balloui hier. Wollen wir eigentlich auch eingehen, dass Blaudi nach dem Random Tester gerade das Lied gesummt hat? War der echt? Na, crazy da hab ich gesummt. Dadurch schießt doch jemand ne Run Dödödödödödöd. Wollte mich hier ähm, was waren die Tester? Wollte mich hier ähm, was waren die Tester? Wollte mich hier ähm, was waren die Tester. Ist Balui tot? Also ich wage zu behaupten, dass ein Traitor getestet wurde. Weil ich hab nicht die Melodie. Alter ist das okay. Sie bekommt die nur als T oder nicht? Bekommt man die nur als T? Ich glaub du bekommst die Melodie nur als T. Ja du bekommst sie nur als T ja. Ja, ich dachte, die bekommt man generell. Als Inno ist ja egal, da musst du ja nicht rennen. Ja, gut, sicher. Der will jetzt warm sein, dass du das reagieren kannst. Ich glaube, der ist doch tot. Cut! Oh, ja. Cut. Shut up and take my money, Pain. Und Maro übrigens. Geh weg von mir. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Eals und Items laufen zusammen rum. Hey, es linge nicht mehr so viel, oder? Nein, nein, bitte. Blink, du Nase. Nee. Ja, jetzt sein. So schnell hintereinander kannst du das mal einsetzen. Nein, doch. Du musst nicht. Er hat sich meine Identität gestorben, ey. Ehre. Ja, ich habe ja richtig gute Aussagen, muss ich sagen. Oh. Aber jetzt muss ich mich entscheiden. Da steht noch einer. Hehehe. Ups. Shit. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Nehmen wir die. Oh, mach ihn fertig. Ja, so klar. Leute, haben wir uns in einem anderen Raum gespawnt. Weil du dich so nah an der Wand wieder legst. Also es gab uns im Nebenraum. Es wäre so gut gewesen, wenn er da rausgekommen wäre. Oh, ich war die ganze Zeit ready. Ich war die ganze Zeit ready. Du hast mich abgestochen. War die ganze Zeit ready, ja. Ich hatte einen advanced Disguiser. Ich habe keinen abgestochen. Ich hatte einen advanced Disguiser. Aber einer namens Daru hat mich abgestochen. Ich habe dir aber rückgeschossen. Also ich hatte auf jeden Fall kein Messer mit dem. Du warst ja gerade in den Raum reingeraten. Ich habe dir als Zombie den Rücken geschossen. Aber erstmal, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da, schau mal am Verweis. Und uns gut schau. Tschüss. Tschüss! Tschüss!